Grüß euch, ich stehe jetzt hier an der Tiroler Ache beim Marquardstein und hier spürt man das Wasser ganz intensiv. Ein wunderschöner Platz, ein Kies. Ein Strand sozusagen, auch schönen Sand, Plätze dazwischen, ein Sammelsurium an Steinen, so viele Steine, so viele verschiedene Steine, genauso wie es so viele verschiedene Menschen gibt. Das ist doch faszinierend. Ja, das Wasser, das hat ganz schön viel Power. Jetzt sieht man richtig, wie es jetzt da mit einem Getöse daherkommt. Das ist eine Energie dahinter. Ja, hier ist ja die Tiroler Ache schon ein bisschen sanfter Richtung Österreich. Natürlich das ganz andere Abschnitte, bildere. Da werde ich mich auch noch hinbegeben. Ein blitzblauer Himmel ist heute so ein Glück. Wunderschöne Äste vom Wasser ausgewaschen. Wunderschön. Auch für Leute, die gerne mit diesem Schwemmholz arbeiten. Ab und an habe ich ganz wenig Schneehäufe noch gesehen. Ja, das ist jetzt der Blick auf die Tiroler Ache hier in Margratstein.